Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Verbrannte Erde, der am 18. Juli in den deutschen Kinos startet, der neue Film von Regisseur Thomas Arslan. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist der Zero aka Sven. Hallo Sven. Hi, ich freue mich. Ich muss sagen, ich habe bei dir immer das Problem, wir haben ja in der Redaktion noch einen Sven, den Felser Sven, den Unguten, den Bösen Sven. Deswegen tut es mir leid, weil mir gesagt worden ist, dass ich, wenn wir bei der Podcast nicht immer so wechseln, zwischen Zero und Sven, also es tut mir leid, also Zero und Sven sind eine selbe Person. Das ist so wie Batman und Bruce Wayne. Ja, machst du das? Also mir ist es noch gar nicht so aufgefallen. Mir auch nicht, aber wenn die Leute das sagen, dann haben die Leute natürlich auch recht, denn wir hören aber euer Feedback, wir vom Tele-Stammtisch, denn wir sind die Guten. Wenn ich schon mal dabei bin, mich zu entschuldigen, sage ich auch gleich mal Entschuldigung, denn ich nehme das Ganze hier auf bei offener Balkontür und es ist einfach so schön gerade draußen, dass ich mich weigere, diese Balkontür zu schließen. Wenn ihr also zuigerweise noch ein bisschen Vogelswitcher hört, dann liegt das an mir. Aber was soll's, da müssen wir jetzt einfach durch. Weil wir besprechen ja auch einen, ich würde sagen, richtig harten Film, nämlich einen Gangsterfilm, der da heißt Verbrannte Erde. Zero, du hast mich ja tatsächlich informiert, dass Verbrannte Erde ein Sequel ist zu einem Film, der heißt Im Schatten aus dem Jahre 2011, ebenfalls Regie Thomas Arslan und ebenfalls mit dem Hauptdarsteller Michel Matschiewski, oh Gott, wie heißt der Wettemann noch gleich? Maticewitsch, würde ich auch sprechen. Ich hab's ja rausgeschrieben, Michel Maticewitsch, so. Ja. Gut, damit hatten wir es einmal, Dankeschön. Ähm, ja, also du hast den Im Schatten jetzt nach Verbrannte Erde gesehen, ne? Ja. Gut, da jetzt schon mal gleich vorweg, ohne jetzt auf unsere Meinung zu Verbrannte Erde einzugehen. Glaubst du, ist es notwendig, dass man Im Schatten gesehen hat, um Verbrannte Erde zu verstehen? Also um ihn zu verstehen nicht, aber um so ein bisschen Hintergrund zur Hauptfigur zu haben, äh, finde ich ihn dafür schon gut. Dann versteht man gleich, wie der Charakter so drauf ist, aber um den Film zu verstehen, definitiv nein. Gut, weil ich hab ihn nicht gesehen, den Vorgängerfilm, und hatte tatsächlich bei Verbrannte Erde jetzt keine Probleme der Motivation oder der Handlung zu folgen. Denn diese Handlung ist, das können wir, glaube ich, sagen, ist sehr, sehr simpel und ist wie der ganze, ganze Film komplett reduziert und konzentriert. Es geht nämlich um den Berufsverbrecher Trojan, der nach mehreren Jahren, äh, nach Berlin zurückkehrt und dort dank alter Freunde und Kontakte als große Ding durchzieht, nämlich ein Gemälde zu stehlen. Und der Coup gelingt auch, aber danach gerät alles aus dem Ruder, denn der Auftraggeber, das heißt der Geldgeber für diesen Coup, der versucht seine eigenen, ja, würde ich sagen, seine eigenen Ziele zu durchzusetzen und zu verfolgen. Und das bringt nicht nur Trojan, sondern auch Trojans Team in die Bredouille. Damit wäre das schon die Inhaltsangabe oder hast du noch irgendwas essentiell, das hinzuzufügen? Äh, der Auftraggeber setzt halt dann seinen Henchman auf die Leute an. Der hat ja auch einen großen Anteil im Film, aber ansonsten war alles drin. Juhu, also, na, sagen wir mal so dreiviertel richtig gemacht. Sehr gut, ist du. Dankeschön, ist du. Sehr gut. Ja, also, wir haben den Film gesehen, er liebt ja auch schon in der Berlinale dieses Jahr im Panoramabereich und jetzt kommt er im Juli in die Kinos. Und, Zero, was hast du denn erwartet, als du diesen Film gesehen hast oder als du im Kino saßt, kurz bevor der Seil dunkel wurde, was dachtest du, bekommst du jetzt serviert? Weil du ja wirklich, ich glaube, auch von Thomas Arthur noch nichts gesehen hast, oder? Ich habe, nee, ich habe von dem nichts vorher gesehen. Ich hatte natürlich nachgeschaut, was für ein Film es sich handelt. Da war ich in dem Bereich, ach ja, so ein Creamy, Thriller, das habe ich halt auch erwartet, weil es halt ein deutscher Film ist, Vorurteile sind halt da. Habe ich gehofft, dass es nicht so in eine Tatortrichtung geht, aber wäre damit auch okay gewesen, wenn das halt in die Richtung gegangen wäre. Und dachte einfach jetzt mal, leg mal los und zeig, was du kannst. Ich glaube, es ist schon so, dass, weil wir hatten ja auch ein Vorgespräch, dass wir bei diesem Film uns relativ uneinig sind. Denn ich fand ihn wirklich ganz, ganz toll. Man muss aber halt wirklich auch wissen, was da auf einen zukommt. Verbrannte Erde ist ein sehr klassischer Gangsterfilm, ein Genrefilm, der kein Gramm Fett zu viel hat. Also ich glaube, es vergeht über eine Stunde, bis die Hauptfigur mal irgendetwas sagt, was nicht mit ihrem Beruf zu tun hat. Und selbst wenn gesprochen wird, das sind alles sehr zackige, sehr kurze Sätze. Natürlich, so redet kein Mensch in der Realität, aber es will meiner Ansicht nach auch kein realistischer Film sein, sondern wie gesagt, pures Konzentrat von diesem Gangsterfilm-Genre, das mich tatsächlich auch erinnert hat an zum Beispiel Der Einzelgänger von Michael Mann oder Vier im Roten Kreis von Melville. Also ich konnte damit tatsächlich sehr viel anfangen, du aber nicht so, oder? Nee, gerade was du angesprochen hast, dass nicht so viel gesagt wird, fand ich anfangs richtig interessant, weil der fängt ja wirklich komplett ohne Gespräche, ohne alles an. Und da dachte ich, oh cool, der macht halt, der zeigt und erzählt nicht. Es ist immer ganz gut, show don't tell. Aber dann, wenn doch was gesagt wurde, kam mir das anfangs schwierig zu unterscheiden vor, ob jetzt die Dialogregie, die Schauspieler oder der Regisseur selber, ob die irgendwas verkehrt machen. Aber zum weiteren Verlauf im Film reden die Figuren ja auch relativ normaler halt dann miteinander. Nur anfangs kam mir das so vor, ob der Regisseur sagt, Leute, jetzt tut man auf richtig extra cool. Und so haben einige dann auch wirklich gesprochen und auch halt nur, nicht miteinander, sondern einfach nur für sich, empfand ich das so, ihren Dialog abgezogen. Und das fand ich schwer zu schauen. Also das war wirklich, also für mich war es wenig unterhaltsam dadurch. Also ich kann das schon nachvollziehen, nur bei mir hat es halt den anderweitigen Effekt. Ich fand das halt sehr, sehr unterhaltsam. Ich fand das sehr, sehr, sehr spannend, auch sehr mitreißend. Ich mag einfach diese Kühle, diese Präzision, die dahinter steckt. Das ist alles so wirklich konzentriert so auf einen Punkt. Das sieht man auch, wenn dann halt mal ein Verbrechen passiert. Also dieser Kuh, wo sie dieses Gemälde rauben, wie präzisiert das alles abläuft und wie professionell. Und tatsächlich ist das kein Film, der jetzt große Sprünge macht, wenn es zum Beispiel um Actionsequenzen geht oder so. Das bietet der Film nicht. Es gibt eine Verfolgungsjagd beim Auto, es gibt auch mal eine Schlägerei, es gibt auch mal hier und da ein Bedrohungsszenario. Aber das alles wird wirklich so reduziert dargeboten, dass das schon fast eine eigene Kunstform für sich ist. Ich kann nachvollziehen, wenn einem das nicht zusagt, weil das einfach sehr, möchte ich sagen, speziell ist. Aber man muss halt schon bereit sein, diese Art von Erzählung so hinzunehmen, wie sie ist. Aber ich fand das schon sehr beeindruckend. Mich hat das wirklich, wie ich schon sagte, sehr mitgerissen und muss sagen, es ist für mich der Beweis, dass Deutschland eben dann doch Genre-Kino kann. Thomas Aaslan hat nicht nur Genre-Filme gedreht, sein letzter Film Helle Nächte, glaube ich, hieß der. Das war ein sehr anstrengendes Drama. Auch Verbrannte Erde kann sehr anstrengend sein, wenn man dazu keinen Zugang findet. Ich habe den gefunden und deswegen waren das für mich knappe 100, 105 Minuten, an denen ich wirklich da gefesselt auf die Leinwand gestartet habe und hatte damit wirklich sehr, sehr großen Spaß. Also Spaß hatte ich auch, nur ich glaube nicht so intendiert, wie der Film das wollte. Gerade weil mir das so trocken vorkam und so, für mich war es dann ungewollt lustig manchmal. Gerade im Anfangsbereich, wenn die ersten Gespräche so kommen, von seiner dann Vermittlerin, das ist das ja die eine Frau und ihm. Das fand ich dann schon auch wieder auf eine andere Art unterhaltsam. Ja, aber ich glaube, das war nicht die Intention des Regisseurs. Aber er hat halt schöne Bilder. Das kommt dazu, das hat mitgenommen. Aber mal ein Gedankenexperiment. Immer. Hast du Drive gesehen? Ja, klar. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Weil tatsächlich, ich finde, dass Drive und Verbrannte Erde relativ ähnlich sind. Was sie so erzählen, wie sie erzählen. Jetzt stell dir mal bitte vor, Drive würde halt nicht in den USA spielen, sondern wie jetzt hier in Essen und Berlin. Ich glaube nämlich, dass ein Großteil des Problems einfach auch daran besteht, dass es halt einfach ein deutscher Film ist. Dass er uns eine Stadt zum Beispiel zeigt oder Menschen zeigt, die uns vielleicht zu vertraut vorkommen, als dass wir sie in dieses Genre dickig reinsetzen können. Weil Ryan Gosling als Driver, den halt als das zu nehmen, was er ist, das ist, glaube ich, echt einfach. Aber jemand wie dieser Michel Machievsky, oh Gott, ich versuche es gar nicht erst. Ist, glaube ich, einfach etwas schwerer. Weil diese Welt, die Verbrannte Erde ja zeigt, die ist uns ja sehr bekannt. Weil diese Straßen und Städte, das kennen wir ja alles. Hingegen bei einem Drive, da hast du ja immer noch Gangster, amerikanische Welten, ich glaube, spielt der nicht sogar wie in Las Vegas oder so oder in Los Angeles war es, glaube ich, in Hollywood spielt der. Ich glaube tatsächlich, es macht was aus. Ich glaube, dass, und das ist jetzt kein Vorwurf, ich bin ja auch nicht davor gefeit, aber ich glaube, dass Verbrannte Erde ganz vielen wesentlich besser gefallen würde, wenn der Film eins zu eins so, wie er wäre, genommen würde und in die USA verfracht. Gerade bei dem Punkt, das war überhaupt null mein Problem. Leider wäre gut, wenn das nur wäre, weil ich fand gerade Berlin-Setting, finde ich immer sehr gut. Und gerade wenn man da so guckt, ach ja, die Ecke kenne ich doch irgendwo schon mal vom Sehen. Das hat mich gut genommen. Ich habe sogar zwischendurch überlegt, es gibt eigentlich so die drei großen Städte, wo dann gedreht wird, haben wir ja meistens Hamburg, Berlin, Frankfurt, wo so Gangster-Sachen abgehen. Da habe ich überlegt, auch in München wäre einfach auch ganz geil. Aber das wäre dann wieder zu, da denkt man immer an die typischen Bayern. Nee, aber das Setting und der Ort, alles, das fand ich richtig gut. Also das hat mich mitgenommen. Hin und wieder fand ich es halt leider ein bisschen zu dunkel. Das war dann halt so, da kann ich auch noch mit leben. Aber das tagt wirklich nicht daran. Also das Setting und der Ort, der war für mich wirklich passend. Also ich hatte vorher Asphalt-Gorillas geguckt, zwei, drei Tage vorher. Der ist ja auch in Berlin. Ja, aber der ist halt ganz anders. Der ist halt schon wesentlich vitaler, nämlich es mal reißerischer als dieser sehr... Ja klar, aber die Location ist ja an sich dieselbe, ist ja auch Berlin. Und Berlin finde ich eigentlich immer ein gutes Ding. Ja, wobei wir müssen jetzt auch mal ganz klar sagen, also finde ich zumindest, der spielt zwar in Berlin, aber das Schöne ist an dem Film, er zeigt es ja nicht unbedingt. Also ich bin jetzt nicht besonders, kenne mich mit Berlin nicht so aus, aber der tut wenig dafür, dir zu zeigen, das ist Berlin. Also du siehst halt, wie er nach Berlin fährt, aber du siehst glaube ich kein einziges Mal den Alexanderplatz, ich glaube den Fernsehturm, Wendernummer vom Weitem. Also er tut wirklich gut daran, dir nicht dieses obligatorische Tourismus-Berlin-Bild zu zeigen, sondern einfach eine Großstadt. Es könnte wirklich jede deutsche Großstadt sein. Es könnte in Köln spielen, in Hamburg spielen, in Frankfurt spielen, es könnte aber auch in Hannover spielen. Gut, wer möchte schon nach Hannover. Aber das hat mir gefallen. Also der spielt in Berlin, das sagt er auch ganz klar. Das kann man auch relativ schnell festmachen, wo er spielt, aber er tut relativ trotzdem wenig daran. Also es ist kein typischer Berlin-Film. Er schreit nicht hier, ich bin Berlin. Also, wie du schon erwähnt hast, anfangs fahren wir ja Berlin rein und sehen wir ja, wo wir sind. Ich glaube, sonst müsste man an ein paar kleinen Ecken, kann man es immer, finde ich, noch erkennen, wenn man da schon mal langgegangen ist. Aber für jemanden, der einfach jetzt einen Film guckt, durchgehen und jetzt Berlin nicht so oft besucht hat, der wird ja jetzt auch Berlin nicht draus lesen. Fand ich ganz, ganz nett, weil letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, gab es ja schon mal diesen anderen deutschen Gangster-Genre-Film Schock von und mit Dennis Mokito, der ja auch in Köln gespielt. Und der auch halt eben diese Stadt mehr so als Moloch an sich inszeniert hat, ohne dass es jetzt heißt, guck mal, wir sind gerade hier und hier. Und guck mal, da ist der Fernsehturm, guck mal, hier ist der Kölner Dom. Und das finde ich immer ganz, ganz schön. Ich muss auch sagen, das Verbrannte Erde hat mir auch vielleicht deswegen gefallen, weil ich einfach auch, glaube ich, so vielleicht so ein, ja, ein Hotspot in meinem Herzen habe für dieses deutsche Genre-Kino. Weil auch Schock mir schon sehr gut gefallen hat, wobei Schock, das sollte mal ganz klar sein, ist, glaube ich, der besser gutierbare Film, weil der wesentlich exportativer ist als jetzt Verbrannte Erde. Denn Verbrannte Erde ist ja wirklich auch sehr, ich sag mal, sachlich. Es gibt zwar auch Momente, in denen Gewalt passiert, aber wenn die dann mal ausbricht, dann entweder passiert es im Off oder es passiert so, auch wieder so konzentriert, dass es jetzt keine wirklichen Schauwerte generiert. Also wer jetzt glaubt, es kommt jetzt so wie in einem Drive zu irgendwelchen explodierenden Köpfen und aufgeschnittenen Adern und durchstochenen Augen, das ist hier nicht der Fall. Es ist tatsächlich ein sehr, ich würde sagen, fast schon sachlicher oder sachlich inszenierter in seiner Gewalt Gangsterfilm. Der bleibt halt sehr, sehr trocken und ich kann mir vorstellen, so läuft das in Wirklichkeit halt ab. Aber zum Beispiel, wo wir beim Visuellen so leicht sind, da ist eine Szene, da wird telefonieren ja zwei Parteien miteinander. Und da dachte ich die ganze Zeit nur, Leute, warum nehmt ihr denn jetzt nicht dieses Geschenk an? Man hat nämlich einmal das Bild, wie der eine telefoniert und dann wird wieder geschnitten und dann wieder andere telefoniert. Warum hat man dann nicht einfach versucht, visuell wenigstens irgendwie einen Splitscreen oder so zu machen, so ein bisschen sich abzuheben? Da dachte ich, nee, mach das doch nicht. Dann machen sie immer diese einzelnen Bilder und gerade bei so Sachen hat er mich immer verloren. Aber ich dachte, ey, komm, diesen Einkniff bring dir doch mal rein, dadurch wird er gewinnen. Aber das, also ich verstehe das schon, aber ich finde, dass dieser Verzicht auf dieses visuelle Spielereien, das gehört ja mit zum Konzept des Films. Dieses Bodenständige, wirklich dieses Konzentrierte, dieses Präzise. Ich kann verstehen, wenn einem das nicht zusagt, wenn man sich halt auch eine gewisse Abwechslung da wünscht. Aber ich hätte das unpassend gefunden, so einen Splitscreen da reinzubringen. Ich muss sogar sagen, dass dieses Schnitt-Gegenschnitt bei mir auch dafür gesorgt hat, dass man das Gefühl hatte, da sind jetzt gerade zwei Parteien auf Augenhöhe. Du hast ja schon erwähnt, es gibt diesen Henchman vom Auftraggeber, gespielt von Alexander Fehling, der eine sehr beeindruckende Präsenz in dem Film entwickelt, wie ich finde. Man hat halt eben den Trojan und die agieren ja so ein bisschen auf Augenhöhe. Ja, der eine ist dem anderen mal da hier voraus, dafür ist der andere im nächsten Schritt dann wieder da voraus. Und das schaukelt sich halt nach und nach hoch, bis es halt irgendwann nicht mehr anders geht, dass es halt so eine Art Klimax kommt. Und selbst dieser Klimax ist erstaunlich reduziert und erstaunlich wenig daran interessiert, jetzt für großes Buhai und Schauweite zu sorgen. Wie gesagt, nochmal, ich kann verstehen, wenn einem das nicht gefällt, aber gerade so, dass der auf solche Spiele rein verzichtet, ist halt aus meiner Sicht eine der ganz, ganz großen Stärken von Verbrannte Erde. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Film Zerwirk seit gestern mehrfach dann auch beschäftigt und warum, wieso, weil ich ja wissen will, warum mir das jetzt nicht so zusagt. Und viele mir sagen, das ist ja richtig schön und toll. Also ich kann es kurieren sozusagen und sagen, ja, ich verstehe das, warum das Leute jetzt gut finden. Muss aber auch sagen und glaube auch ganz stark, das wird jetzt an der Kinokasse nicht so der Reißer. Weil, nee, das ist klar, der wird nicht, das ist auch ein Festivalfilm, das ist so ein typischer Film, der ist da, um vielleicht bei irgendwelchen kleinen Filmpreisen und bei den Festivals gezeigt zu werden. Der Thomas Arthur ist ja eh ein alter Bekannter bei der Berlinale. Dass das kein Werk ist, der jetzt irgendwie in mehrere Millionen einspielt, das ist klar. Das ist, glaube ich, jedem bewusst, auch der da vor der Kamera oder hinter der Kamera stand. Nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem schön, dass es so ein Beweis ist, das deutsche Kino kann halt mehr als nur irgendwelche, ja, Nazi-Schmonzetten und Chantal im Märchenland. Das ist halt immer, also ich kenne diesen Vorwurf, dass das deutsche Kino so einleitig ist. Ich finde halt, wenn man mal richtig mal hinguckt und auch bereit ist, mal, sage ich mal, in der Nische zu gucken, das hast du ja hiermit getan, dann findet man auch andere Werke. Dass einem das natürlich nicht immer gefällt, steht auf dem anderen Punkt. Also es gibt viele gute deutsche, gerade kleine Filme. Ich erinnere mich noch an vor zig Jahren Schneeflöckchen oder sowas. Oh ja, Schneeflöckchen, ganz toll. Ich meine, die machen ja mittlerweile auch Großkarrieren. Ja, aber so eine Sachen, da sollte man immer schon mal drauf schauen. Also von sechs Leuten, mit denen ich jetzt geredet habe bei dem Film, bin ich und ein anderer, die den nicht ganz so gut finden. Also der muss ja schon was haben, definitiv. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich kann es komplett nachvollziehen, wenn man damit nichts anfangen kann. Das ist einfach eine sehr spezielle Art des Erzählens, also visuell wie auch narrativ. Dieses komplette Reduzierte. Da muss man zu bereit sein, da muss man auch Bock drauf haben. Und ich für meinen Teil glaube auch, dass mir der vielleicht an einem anderen Tag nicht ganz so gut gefallen hätte. Aber an dem Tag, wo ich ihn gesehen habe, schien ich in der richtigen Laune dafür gewesen zu sein und fand den halt echt wirklich richtig, richtig großartig. Ich bin immer noch hart am Überlegen. Also ich habe meine Wertung eigentlich schon abgegeben, wie ich den finde. Aber ich habe ja, wie gesagt, den Vor- und Nachher-Vergleich. Ich muss sagen, der Vorgänger, der ist ähnlich, deutlich heller, spielt deutlich mehr am Tag auf jeden Fall. Er ist aber auch zugänglicher zu den Figuren, weil da beweist jetzt der Hauptcharakter nochmal so ein bisschen, Da hat er noch zwischenmenschliche Kontakte so ein bisschen. Da ist ein bisschen mehr Fleisch dran. Und daraus ergibt sich jetzt natürlich, dass er ist im zweiten Teil eher komplett abgeschottet und er macht halt seinen Job. Und das macht er ja auch gut. Und der Film hat ja auch einen eigenen Kreis. So wie er anfängt, hört er eigentlich auch auf, wenn man es genau betrachtet. Das macht er alles super. Also vom Technischen oder so ist das ein Top-Film. Ja, mir hat halt einfach das Bonding gefehlt. Das ist nicht so schlimm. Dafür hast du ja mich. Ja, du kannst mit mir gerne bonden, dann können wir das irgendwie ausgleichen. Kein Problem. Ich würde sagen, wir sind auch soweit jetzt durch und können gerne zu unseren Fazits kommen. Und ich stübe mich mal einfach nach vorne und sage, wenn ihr so Filme wie Vier im Roten Kreis mögt oder vielleicht die Vorgängerfilme von Thomas Aasler schon mochtet, dann gebt gerne Verbrannte Erde eine Chance. Es fällt mir wirklich schwer, da jetzt universell eine Empfehlung auszusprechen, weil ich komplett nachvollziehen kann, dass dieser Film in Anführungszeichen speziell ist und deswegen nicht für jeden geeignet ist. Aber ich für meinen Teil habe den wirklich sehr genossen und würde mich sogar freuen, wenn ich vielleicht diesen Trojan in einem dritten Teil dann irgendwann mal wieder sehe. Ich werde mir auf jeden Fall den ersten Teil jetzt nochmal angucken, die nächsten Tage. Und ja, von mir eine vorsichtige Empfehlung. Mir persönlich hat der sehr gut gefallen, aber wie gesagt, guckt einfach mal bei dem Film, ob ihr Vier im Roten Kreis kennt, ob der euch der gefällt oder wie allgemein zu sehr reduzierten und konzentrierten Erzählungen steht. Und wenn ihr sagt, ja, das finde ich geil, dann könnt ihr gerne Verbrannte Erde eine Chance geben. Ansonsten würde ich da eher mit Vorsicht rangehen. Das wäre mein Fazit. Jetzt kommt da jetzt. Für mich ist es ein Heist-Movie, der auf jeden Fall das Bonding verfehlt hat. Aber ich glaube schon, für den einen oder anderen kann das gut was sein. Habe ich ja in meinem Umfeld auch gemerkt. Ich würde aber dennoch sagen, fürs Kino würde mir der Gang nicht lohnen. Aber sofort, wenn der im Streaming ist, sollte man da schon zuschlagen. Weil interessant ist der Film schon. Dann danke ich dir für deine Meinung. Ich danke mir auch für meine Meinung, denn die war auch nicht verkehrt. Verbrannte Erde am 18. Juli in deutschen Kinos. Außerdem, Tele-Stammtisch gibt es bei www.tele-stammtisch.de. Außerdem sind wir überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Sollte ihr mal reinschauen. Warum? Weil es geil ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss. Und macht's gut. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.